Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute spielen wir Honigklau im Bienenklau. Honigklau im Bienenbau. Das ist von Hasbro und für Kinder ab vier Jahren und für zwei bis vier Spieler geeignet. Ja, und das kann man auch ab fünf spielen. Auf jeden Fall. Und warte, bevor das Bienchen lossummt, wollte ich euch einmal zeigen, dass hier unten drei Doppel-A-Batterien reingehören. Und dann habt ihr hier das kleine Bienchen und die ist ein bisschen grummelig, weil wir hier versuchen, den Honig zu mopsen gleich. Ja. Die Honigwaben. Erstmal die Honigwaben wieder alle rein. Ich mach das. Und dann geht das im Prinzip abwechselnd. Jeder versucht, eine Honigwabe zu nehmen. Bei wem die Honigbiene zuschlägt, der ist raus. Der hat direkt verloren. Das ist also ein sehr kurzes Spiel. So, dann mach mal los. So, drück auf den Knopf. Und dann nimmst du dir eine Wabe raus. Schnell. Oh, was war das denn? Das hat er schon beim ersten Versuch. Das haben wir ja noch überhaupt nicht gehabt. Warum? Das ist aber eine freche Biene, ne? So, wieder zurückschieben. Nochmal neu anfangen. Wir starten nochmal neu. Hey! Ich hab Angst. Hihi. Oh nein! Ich hab verloren. Ihr beide müsst noch weitermachen. Ja, aber jetzt geht das... Ja, und jetzt ist Hannah wieder dran. Achso, okay. Hannah, du. Jetzt ist Papa wieder. Oh! Hannah, du bist dran. Nein! Los! Papa gewinnt. Schnell, schnell! Du musst dich beeilen. Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Komm, los! Guck mal, der hier. Der liegt ganz einzig. Super! Ah! Gewonnen! Super! Ich bin immer besser darin. Ja, nach einem kleinen Fehlstart. Ich hatte drei! Eigentlich nur zwei. Machen wir mal drei raus. Nicht eins! Ah! 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 Du musst wieder anmachen. Achso! Du bist's! Ah! Schon wieder hab ich gewonnen! Ja, und dir geht das ziemlich schnell. Das geht echt schnell! Ja! Ich gewinn die ganze Zeit. Hast du noch eine Wabe? Nee! Ich meine schon. So, letzte Runde! Ich mach! Oh! 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 Jetzt hast du mir meine Wabe weggemommen. Ja, musst du wieder rausnehmen. So. Oh! 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 Schon wieder mit mir geklen! Das glaube ich nicht! Mann da! Das glaub man mir gar nicht! Nee! Du hast ein glückliches Hemdchen! Ja! Das war der Spiegel! Ich claw im Bienensaal! Genau! Da ist echt zügig, oder? Ja! Da steht auch nichts von... wie lange oder was ist? Ich könnte mal eben gucken. Nee, da steht nicht drauf! Manchmal steht ja drauf so, was weiß ich, 10 Minuten Spieldauer. Da steht hier nicht drauf. Wahrscheinlich würden sie dann schreiben, eine Minute Spieldauer. Also echt schnell vorbei. Ich finde, die könnte sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, ich auch. Obwohl du gewonnen hast? Mhm. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Alles, was du rauskriegst, aus Kratzen. Und das Mehl. Das Mehl ist ganz viel. So, und dann? Der Mixer. Der Mixer, der Hinlern. Tisch festhängt. Und los geht's. Ich mag die Pannaden-Anhöne. Das stimmt. Ich mag die Pannaden-Seite. Ich mag die Pannaden-Seite.